Wir glauben natürlich, dass wir eine ganze Menge Stärken an den europäischen Tisch mitbringen können. Die BaFin ist schon relativ lange im Geschäft gewissermaßen, wenn man ihre Vorgängerbehörden dazu rechnet. Wir haben einfach hunderte, wenn nicht tausende von Fällen gesehen, im Guten wie im Schlechten, an denen unsere Kolleginnen und Kollegen Erfahrung trainieren konnten, Erfahrung sammeln konnten. Und dieses, nennen wir es, kollektive Gedächtnis und Erfahrungsschatz in Kombination mit einem fantastischen Bandbreite von sehr gut ausgebildeten und sehr erfahrenen Kollegen in verschiedenen Disziplinen, ist eine fantastische Kombination, die wir gerne an den europäischen Tisch mit hinantragen wollen. Es gibt angesichts der Größe, die auch eine BaFin hat, natürlich auch viele sehr spezialisierte Abteilungen. Nehmen wir quantitative Risikomodellierung als ein Beispiel oder Cyberrisiko oder viele, viele andere Beispiele, wo wir tiefes Spezialwissen mitbringen können, dass wir sehr gerne, und dieser Verantwortung sind wir uns vollkommen bewusst, auch in punkte Ressourcen und Manpower mit in einen europäischen Gesamtorchester, wenn man so möchte, als starke Stimme mit einbringen wollen. Ressourcen 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 Ressourcen